Woche für Woche präsentieren wir Ihnen hier am Mittwoch Neuigkeiten aus dem Handwerk. Und jetzt zum Jahresabschluss wollen wir noch mal ein paar Worte mit dem Präsidenten der Handwerkskammer Koblenz wechseln. Herr Wittlich, herzlich willkommen. Morgen. Herr Wittlich, es geht aufs Jahresende zu. Da zieht man noch mal kurz Bilanz. Wie sieht es denn aus für die Handwerkskammer Koblenz? Ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Wir hätten vor einem Jahr nicht erwarten können, dass das Jahr 2010 insgesamt so gut gelaufen ist. Das gilt für alle Bereiche, für Ausbildung, das gilt für Beschäftigung, das gilt für Umsätze, das gilt eigentlich für die Wirtschaft, auch über das Handwerk hinaus. Wir sind eigentlich mit dem Jahr relativ zufrieden. Über die Umsätze wollen wir mal nicht reden, weil das die wirtschaftliche Entwicklung gut war. Das haben wir an anderer Stelle schon beleuchtet. Die Frage ist jetzt, was hat die Kammer erreicht? Man hat viel wieder für Bildung und Ausbildung getan. Wie ist man da unterwegs? Ja, wir haben selbst bei der Ausbildung, bei den Abschlüssen von Lehrverträgen, ein Zuwachs von 2%, der sich vielleicht zum Jahresendenstück relativiert, weil der eine oder andere wieder umsteigt oder aufhört. Dass wir aber noch 1% Zuwachs haben mit, glaube ich, 3.600 und in der 20 Neuabschlüsse für dieses Jahr. Eine gute Zahl. Wir sind da auch relativ konstant, auch wenn man schon spürt, dass der demografische Wandel sich bemerkbar macht. Man will dem Ganzen natürlich auch begegnen, indem man in die Fläche geht. Das ist so etwas, das verfolgt man seit einigen Jahren, macht man konsequent. Auch dieses Jahr sind zwei neue Zentren dazugekommen. Ja, das ist der Fall. Also die Handwerkskammer Koblenz hat sich in den letzten Jahren ein bisschen in die Fläche orientiert. Das heißt, nicht alles in der Zentrale Koblenz zusammenzufassen, sondern dem Handwerk und auch den Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, vor Ort in ihrer Heimatregion Weiterbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen wahrnehmen zu können und nicht immer den langen Weg bis nach Koblenz fahren zu müssen. Von daher sind wir auch gut aufgestellt in dem Bereich. Wir haben in diesem Jahr in Simmern ein neues Bildungszentrum eröffnet und in Herstein im Kreis Bad Kreuznach ein Zentrum für Renovierung und Restaurierung nochmal eröffnet. Jahresende bedeutet auch Jahresanfang. Das heißt, wie sieht die Planung aus für 2011? Ja, für 2011 haben wir uns auch wieder viel vorgenommen. Wir fangen ja an mit dem großen Neujahrsempfang, den wir am 14. Januar durchführen mit der IHK zusammen. Das ist ein Stück der beiden Wirtschaftsverbände in Gemeinschaftsarbeit. Dann haben wir ja im Frühjahr die große Bundesgartenschau, wo wir uns auch darstellen mit einem großen Pavillon direkt im Eingangsbereich. Ganz moderne Architektur, Medientechnologie, Gestaltung. Auch die Ausstattung dieses Pavillons ist von der Architektur und von der Statik etwas sensationell Neues. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt, um auch uns als Magnet bei der Bundesgartenschau zu präsentieren. Wir haben dann im Laufe des Jahres wieder diese sogenannten, ich mache das jetzt mal durcheinander, die Lehrerinformationstage, wo wir uns seit vielen Jahren an die Lehrerschaft wenden, die bei uns vor Ort Interessantes über Handwerk und mit Handwerk erfahren kann. Wir haben dann diese Schülerinformationstage. Im letzten Jahr hatten wir da über 5000 Schüler an einem Tag bei uns in dem Berufsbildungszentrum in der Augusthorchstraße. Dann haben wir wieder diese große Nacht der Technik. Dieses Jahr hatten wir im November über 8000 Besucher, also von mittags an bis nachts. Wieder jede Menge los im nächsten Jahr bei der Handwerkskammer Koblenz und zumindest die Top-Ereignisse sehen Sie dann hier auch bei uns. Und wenn Sie der Pavillon interessiert, da bin ich mir sicher, wird es mehr wie einen Mittwoch drüber zu berichten geben.